In ungefähr drei Monaten sind Landtagswahlen in Bayern. Deshalb möchten wir hier eine Videoreihe dazu starten. Das heißt, es kommen verschiedene Videos online. Los geht's! Hallo bei politikt! Wir zeigen euch heute wieder, wie die Politik tickt. In dem ersten Video unserer Reihe Landtagswahlen in Bayern möchten wir euch einen kleinen Überblick geben, um was es geht und euch auch die Ausgangslage erklären. Deutschland ist in Bundesländer eingeteilt. Das nennen wir auch Föderalismus. Jedes Bundesland kann in gewisser Maßen selbst über Dinge entscheiden. Das heißt, jedes Bundesland hat ein Parlament, das dann wiederum Gesetze festsetzt. Es geht zum Beispiel darum, wofür will Hessen Geld ausgeben, müssen die Studenten in Bayern Studiengebühren zahlen und wie kann Sachsen seine Natur besser schützen? Neben dem Parlament wird auch der Chef des Landtags gewählt, der Ministerpräsident. Dieser Herr hier, Markus Söder, ist Ministerpräsident von Bayern. Er gehört zur stärksten Partei in Bayern, die CSU, die Christlich-Soziale Union. Sie ist die Schwesterpartei der CDU, die man in Bayern nicht wählen kann. Bei den letzten Wahlen bekam die CSU 48 Prozent. Seitdem regiert die Partei alleine. Mit im Parlament sitzen die SPD, die Freien Wähler und die Grünen. Von den insgesamt 180 Sitzen hat die CSU aktuell 101. Die SPD hat 42 Sitze, die Freien Wähler 19 und die Grünen sind mit 18 Sitzen vertreten. Aber warum ist die CSU so erfolgreich? Die CSU ist in Deutschland eine Ausnahmeerscheinung. Sie ist die einzige Regionalpartei, die auch im Bundestag vertreten ist und somit bundesweit mitregieren kann. Das heißt, unterm Strich hat sie einen Sonderstatus, den ihr das ganze Land Bayern hoch anrechnet. Trotz alledem muss die CSU jetzt um ihre Alleinherrschaft kämpfen. Umfragen von Mitte Juni ergeben, dass die Partei nur 42 Prozent bekommt. Das würde nicht reichen, um allein zu regieren. Mittlerweile bekommt die CSU laut Umfragen nur noch 38 Prozent. Dieses Ergebnis hängt mit dem Streit zwischen dem CSU-Parteichef Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Seehofer verlor dadurch bei seinen Wählern an Zustimmung und Ansehen. Dafür wird eine andere Partei immer stärker, die AfD, die Alternative für Deutschland. Die populistische Partei war bei den letzten Bundestagswahlen schon sehr erfolgreich und ist auch aktuell in 14 von 16 Landtagen vertreten. Vermutlich wird sie auch in Bayern in den Landtag einziehen. Das größte Thema der rechtspopulistischen Partei ist die Flüchtlingskrise. Teile dieser Partei gelten als rassistisch und haben eine fremdenfeindliche Haltung. Bereits bei den Bundestagswahlen verlor die CSU und die CDU viele Wähler an die AfD. Aber auch Parteien wie der FDP, der Linken und der SPD ging es ähnlich. Markus Söder ist nicht nur Ministerpräsident, sondern auch Spitzenkandidat der CSU. Auch die anderen Parteien haben Spitzenkandidaten, die durch die Wahlen führen sollen. Spitzenkandidatin der SPD ist Natascha Kohn. Für die Partei sieht es aktuell eher nicht so gut aus, denn die Umfragewerte sind eher schlecht. Spitzenkandidaten der Grünen sind Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Viele Bayern wollen eine Koalition aus CSU und Grünen. Allerdings sind die Themen der beiden Parteien so weit auseinander, dass eine Zusammenarbeit schwierig werden könnte. Spitzenkandidat der Freien Wähler ist Hubert Aiwanger. Das größte Ziel der Partei ist es zunächst einmal, über 5% zu bekommen, um so wieder in den Landtag einzuziehen. Neben den Parteien, die schon im Landtag vertreten sind, gibt es auch noch andere Parteien, die auch bei der Wahl antreten. Dazu gehören die FDP, die Linken und die AfD. Außerdem treten auch Kleinparteien bei den Wahlen an. Das sind die Piratenpartei, die Bayernpartei und die ökologisch-demokratische Partei Bayern. Wie genau die Wahlen eigentlich funktionieren und was die Parteien wollen, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Der Grund, warum wir eine Videoreihe über die Landtagswahlen in Bayern machen, zum einen, es ist ein sehr aktuelles Thema. Zum anderen, der Landtag in Bayern ist einer der wichtigsten. Die Bayerische CDU, also die CSU, ist die einzige Regionalpartei, die im Bundestag sitzt und somit bundesweit mitbestimmen kann. Jetzt habt ihr einen guten ersten Überblick. Falls ihr mehr über das Thema wissen wollt, schaut euch doch einfach auch die nächsten Videos an. Lasst uns gerne ein Like da und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei politikt. Bis zum nächsten Mal bei politikt.